So Freunde, für mich geht es heute weiter auf den Strassen Russlands. Ich heisse euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und da werde ich meine Fracht zuerst abholen. Wie ihr seht, habe ich meinen Lastwagen ein bisschen umlackiert. Ein bisschen in grün. Und die Inneneinrichtung ist auch grün. Ein bisschen. Ja. Würde ich mal losfahren. Ich habe noch drei Kilometer bis zu meiner Fracht. Ich habe einen Krone-Trailer. Gekauft. Das ist so ein Container-Trailer. Kommt niemand? Aber ich vergesse immer wieder das Wichtigste, Freunde. Bisschen Musik zur Unterhaltung. Ich muss da vorne irgendwo links abbiegen. Ich habe mir heute eine kurze Strecke ausgewählt. Die müssen ja nicht immer lange Strecken sein. Was ist der Bus? Kommt da eine Ampel, ja. Und schon wieder rot. Vielleicht habt ihr schon gesehen, aber gestern habe ich mich mit Livestream ausprobiert. Ich dachte, es war nicht schlecht, aber ich dachte, es ist ein bisschen einfacher. Ich musste ein paar Mal starten. Leider. Und schon wieder rot. Das ist ein paar Mal starten. Da sind wir schon wieder. Das ist ein paar Zeit. 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 Ich gehe jetzt auch ab. Ich komme aber zuerst dran. Ja, ich werde noch eine Weile hier in Russland unterwegs sein, möchte ja die Russ-Map ein bisschen erkunden, gefällt mir hier. Deine Hauptstrasse kann ich hier fahren, sieht schön aus hier. Nämlich links abbiegen. Jetzt muss ich nächste links. Biege nach links ab. Aha, okay, da. Ich muss noch die Rampe hochgehen. Es gibt aber nur eine Seite. So, hier ist er. Also, Frachtmarkt. Autoöl. So. 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 So, ich gehe. So. 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 Dann wird der Container aufgeladen. Dann zeige ich mal wie der aussieht. Ist auch grün. Meine Fahrt geht los. So und dann geht wieder die erste Rampe nicht hoch, die linke meine ich. Hallo jetzt. Demnächst rechts abbiegen, biege nach rechts ab. Ja, es gefällt mir ja. In Russland. Biene anspruchsvolle Strassen. Biene anspruchsvolle Strassen. Bremsen eingestellt. Weil ich gestern einen Auffahrunfall hatte. Ja, vom dritten den fünften Gang. Super gemacht. Die Ampel funktioniert nicht. So, was ist hier? Ich muss vorne den Kreisverkehr rein. Die zweite Ausfahrt wäre hier. Und jetzt Vollgas. Na los. So, da vorne ist irgendetwas. Okay, Baustelle. Ich vermute, da ist irgendetwas passiert. Mal kurz nachschauen. Mal kurz nachschauen. Ah, ein Unfall. Was soll ich jetzt machen? Wie immer. Ich darf. Hupen. Hupen Hupen bringt nichts Leute, ihr habt es gut gemacht So macht man das Irgendwie muss ich ja durch sondern nicht bis morgen warten Auf der anderen Seite wird ein neuer Strassenbelag gemacht so ich sehe Aber ich denke die werden nach ein paar Stunden nicht weiter fahren bis die Polizei kommt und den Unfallvorgang aufnimmt und die Fahrzeuge weggeräumt werden und dafür habe ich keine Zeit Ein getuntes Auto Ich habe jetzt einen neuen Mod installiert mit KI-Verkehr also normaler KI-Verkehr Jetzt hatte ich so höchste High Intensity da kannst du nicht fahren da kannst du nicht fahren da ist zu viel Verkehr unterwegs Links, rechts Ja jetzt fährt er wieder links Ich vermute Ich vermute da hat er ein bisschen zu viel Wasser getrunken Jetzt fährt er wieder rechts und jetzt fährt er wieder links und jetzt fährt er wieder links und jetzt fährt er wieder links Also wenn euch mein Kanal gefällt dann abonniert es gebt mir einen Daumen nach oben aktiviert die Glocke und dann bin ich zufrieden Ich habe immer noch genug Treibstoff muss ich nicht tanken Aber hier ist die Polizei Das war knapp Ich bin bald angekommen Ich kann diese Ortschaft nicht aussprechen Ja, aber wenn der lässt mich ja nicht rein Ja, niemand lässt mich hier rein Ja, niemand lässt mich hier rein Ja, niemand lässt mich hier rein Dankeschön Wenigstens einer Der ein bisschen nachdenkt Der ein bisschen nachdenkt Den nächst rechts abbiegen Das war ein kaputter Reifen auf der Strasse Ein kaputter Reifen auf der Strasse Da sollte man immer aufpassen dass man drüber fährt und dann Passiert irgendetwas Ja Ja, wie fahr ich hier? Demnächst rechts abbiegen Ja, rechts, rechts Biege nach rechts ab Wo ist das? Hier endet es Und da Du fahrst Und da In Ten Und Da D Da Aber ich denke so wird es passen. Oh. Ich bin angekommen. Heute ohne grössere Schwierigkeiten, ja. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken, bleibt gesund, bis auf Wiederschauen. Euer Bazooka.